Ich bin hier Lichtenberg, Marlsdorf, Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Keiter, Jodl, Krebs und Bockdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Mardin, sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meint euch das einfach genau? Der Militär hat mit Verlogen! Jeder hat mit Verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht weiter als ein Haufen! Nie das verreistige, treulose Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Ich setz Feiglinge! Verreist ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmissen des deutschen Furchtens! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messerkabel hält! Jahrelang hat das Militärmeleaktion nur behindert! Es hat mit denen nur festgelegt... Widerstand! Ich habe weggelegt! Ich hatte gut daran getan! Und dann haben alle Höroffiziere nicht gekriegt zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und da habe ich allein, allein auf mich gestellt! Ganz Europa erobert!